Hallo Freunde, hier ist wir am Master Zero und willkommen zurück zu Persona 5. Ja, und was ich komplett das letzte Mal vergessen habe zu erwähnen ist, wir haben nun unsere Gruppe nun offiziellen Namen. Und natürlich hätte ich meinen Kanal Namen genommen, weil wenn irgendwer von euch da draußen selbe Persona 5 spielt und holt den Assist und ich bin, und zufällig meine Gruppe, hilft euch aus, dann wisst ihr genau. Es war ein YouTube-Kanal, der euch ausgeholfen hat. Wird zumindest mal cool, wenn man sowas mal erfahren würde. Oh, ich bin dir begegnet. Nee, aber ohne Scheiße. Ist eine coole Sache. Auch wenn ich bisher nur ein einziges Mal dasselbe benutzt habe und das war im Tutorial, aber naja, wird wahrscheinlich noch mal öfters passiert, dass ein einster Teammitglieder als Geisel genommen wird. Vielleicht auch noch mit Storytechnisch ein bisschen, wer weiß, keine Ahnung. Okay, dann werden wir unsere Zeit jetzt mal ein bisschen wieder verbringen, bis wir das nächste Ziel wissen. Bisschenweise, das wurde schon subtil gesagt, wer das nächste Ziel ist, nur es muss ja erstmal ein Event starten. Damit wir überhaupt wissen, so, oh, also storytechnisch ein bisschen, oh, der ist jetzt unser nächstes Ziel. Lass mal herausfinden, was der wird direkt anstecken hat. Na gut, dann hören wir voneinander am Ende des Videos. Bye. Oh, okay. Oh, um... 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 Mementos, huh? Still don't really get that place. Oh, and... What was that wall thing we saw at the end? I'm not entirely sure. But it blocked us from going in past a certain depth. If Mementos is the public's palace, though, it might be affected by the general public's belief in us. Why do you know so much about it, Morgana? Meine Erinnerungen sind ein bisschen fröhlich in diesem Sinne. However, ich muss wissen, was liegt in den Däften des Mementos. No matter was. No matter was? Mementos ist nicht nur der Palast von allen. Es ist die Grund von allen Palastien. Es war, dass Palastien wie Kamoshidas, mit einem Ruhm, einfach nicht existiert. Also, wenn wir etwas machen über die größte cause der Distortionen... Ich bin sicher, dass meine Beziehung wird... Sie wollten jemanden, um dich zu retten. Ich... ich brauchte Pawns. Ich verstehe. Also, das ist das, warum du mit deinem Nose kamst mit uns. Ich werde dir helfen. Ich hoffe, dass du das, was du verloren hast. Ich werde... ... auf dich auf dich. Von dem Weg, Morgana, bist du ein Junge? Oder bist du eine Frau? Oder bist du ein Junge? Ja, ich verstehe. Ich wollte, dass du sicher bist, nur in der Fall. Er könnte sein, dass er ziemlich älter ist. Was, wenn er so wie eine alte Frau ist? Stopp' das! In jedem Fall, natürlich bin ich ein Junge! Ich meine... Ich... Was ist das? Nein. Es ist nichts. Wir sind fertig zu sprechen. Insofern... Wir wissen jetzt, dass wir minor Veränderungen von Herz in Mementos machen können. Wenn wir einen Augenblick aufstehen, dann wäre es wert, dass wir sie mit ihnen ein bisschen zu tun haben. Es gab keine anderen Ausgleichen. Ich hoffe, dass wir viele von ihnen bekommen, wenn wir jemanden bekannt haben, und die Phantom Thiefs kennenlernen können. Die Big Fish sind unsere Hauptverteile, nachher. Erstens, du musst einen Weg finden, um durch deine Ausgaben zu erreichen. Ich muss ein Studium... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 so leute es ist fließt aus dem düsseldorf dafür unser neuer durch sie irgendwie aus wie die kleinere version von diesem dick monster was jetzt letztes gemacht habe in kamen kamen schieders palast waren wir irgendwie ganz besonders nicht von den dingen an angetan primitiv monster with a vicious body there with various theories to its origin but is still under debate says to compulsively collect shiny objekte uuuhh ok so sammelt schillerne gegenstände wie der elster nur hässlich ok haben wir auch schon aber dass ich jetzt acht gleichzeitig bei mir haben kann das finde ich gut level 13 ist richtig gut jetzt gerade ich meine seitdem wir raus sind aus dem post kamoshires palast drei level gestiegen wieso nicht coole sache gibt's mal see of approval ok na gut na gut dann fängt das nächste mal gleich mit lernen an na gut dann vielen dank fürs zuschauen wenn ihr irgendwelche fragen anregen oder wünscht habt schreibt mir in die kommentare oder schreibt mir bei twitter links in der beschreibung wenn euch das video gefallen hat dann schaut einmal eine mal andere playlisten rein wieder findet ihr auch noch irgendwas lustiges dort und wir sehen uns dann also das nächste mal wauw Leute wauw Leute wauw Leute das war